Froschige Salwa Drossen Willkommen zu einer neuen Folge skypewp auf Nerux und ja gut wir fangen auch direkt an und ich möchte vorweg sagen die Auflösung wird morgen kommen von der Ding-Weihnachtsverlosung weil ich es einfach jetzt nicht gestern geschafft habe und heute auch nicht geschafft habe und leute ich werde es auch wieder aktiv auf meinem 2-Kanal heute habe ich auch ein Rocket League Video hochgeladen also wäre cool wenn ihr da mal vorbeischaut auf jeden Fall in der Beschreibung da ist der einmal getötet und es laggt nice der ist auch down der ist auch down der ist auch down alter GG auf jeden Fall sorry Matja Bernhard dann können wir gerne Team habe ich kein Problem mit können auch gerne Team machen und ja irgendwas wollte ich gerade sagen lol tryhard pvp warte klick bei Titel incoming tryhard pvp is correct Joke werde ich auf jeden Fall nicht machen und dieses Video wird auch irgendwie eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen mehr Mühe geben bei den Videos aber das geht jetzt auch nicht weil und zwar habe ich heute nämlich Besuch von der Telekom bekommen und ja eigentlich habe ich so LAN-Repeater wo ich halt bestes Internet in meinem Zimmer habe weil mein Zimmer ist halt weiter weg vom Internet Router oder WLAN Router und das ist halt ein bisschen kacke weil ich das jetzt ändern muss ich musste die Repeater abbauen ähm weil es sonst zu Störungen kam in der Leitung im Netz das ist halt ein bisschen scheiße ist jetzt scheiße deswegen dauert es ein bisschen länger das Video hochzuladen auch wenn es so diese zehn Minuten sind ähm muss ich dementsprechend auch so zehn zwanzig Minuten früher aufnehmen ähm und äh deswegen wird das Video auch jetzt nicht so lang sein ich habe jetzt schon ein Video hochgeladen wie gesagt auf meinem M2 Kanal es würde mich halt mega freuen wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und den noch abonnieren würdet ähm dort kommen halt andere Games außer Minecraft halt alles ähm wie CSGO okay so wenigstens und so manchmal Matchmaking Highlights oder Deathmatch mal oder auch Rocket League was ich aktuell aktuell gerade richtig hart suchte ähm unter anderem auch auch noch ähm GTA kommt bald wenn ich meinen neuen Prozessor habe das dauert aber noch ähm einfach noch gedulden und ja da hätte ich damals Stärke drin gehabt dann wäre der Locker Down gewesen okay ich weiß gar nicht wie viele Teams erlaubt sind ich meine 3er Teams oh ein Gegner ne sorry ich kann nicht mit jedem Team Alter so der ist down Kehle Beispiel alles klar ich grüße auf jeden Fall an dieser Stelle an Nele Dude falls du das siehst und an Kevin Beispiel weil wegen Kehle Badumts und äh ja okay weißt du warum ich das jetzt gesagt habe weil mein Ruf kaputt geht nicht deiner ach so auch da war immer noch lustig okay ich würde jetzt eigentlich nicht gerne Eisen Dude töten ich kann leider nicht mit jedem Team es tut mir sehr leid bei Fabia D falls du das siehst ich kann leider nicht mit jedem Team übrigens ich muss mich immer noch an meine neue Maus und Tastatur gewöhnen dementsprechend bin ich auch nicht der astreine PVPer jetzt wieder und ich klicke halt genauso schnell wie vorher und ich muss noch die Doppelklick gerade ah ne ich dachte schon dass sie noch nicht aktiviert ist auf jeden Fall habe ich auch einen kleinen Bug irgendwie Rocket Swarm wird gar nicht angezeigt dass meine Maus da ist das heißt die wird gar nicht richtig erkannt dass ich auch zum Beispiel nur eine Farbe äh machen kann kein ob das überhaupt äh ob die überhaupt hinzugefügt wurde und aber habe es auf jeden Fall schon angeschrieben und da ist dann mit dem nächsten down was soll ich da sagen ne Stärke 2 äh 2 gönnen und äh keine Ahnung wenn ich jetzt kein Gegner finde muss ich einfach schon das Video beenden weil ich habe eigentlich nicht mehr anzusprechen ähm und dann ähm muss ich gleich noch kurz weg und ja wir können auch mal gerne schreiben was ihr noch so an Silvester macht oder jetzt die Weihnachtsfeiertage noch gemacht habt ähm und ja ich war auf jeden Fall noch bei meiner äh Familie war mir noch essen äh bei meiner Tante und auf jeden Fall ziemlich chillig und jo gut den töten wir noch eben den töten wir noch eben halt die Schnauze ich liebe meinen Traum wirklich sowas ist genau dasselbe auf Endfight ähm wer die Zahl zwischen 1 und 100 errät äh gewinnt 150 Millionen zum Beispiel und sowas ist einfach mega der große Abfuck ähm und ja aber gut zum Glück sehr ein Supporter da und ah guck mal jetzt mein letzter Gegner dann für heute beziehungsweise für diese Aufnahme und der portet sich einfach runter dann macht mir auch jetzt der Spawn und dann würde ich sagen das war's noch mit dem Video lasst gerne Liked wenn es euch gefallen hat schaut auf jeden Fall bei meinem 2 Kanal vorbei Hashtag Werbung äh abonniert ihn doch für andere Videos äh und ja sieht äh wie würde auch heißen mein neuer Kanal nochmal einfach damit viele aufmerksam werden ich mag sein dass es vor ich clickbait ist aber ähm schließlich äh sollte auch jeder erfahren dass ich auch einen 2 Kanal habe auch wenn es vielleicht schon viele wissen ähm und gut dann würde ich jetzt eigentlich gerne zum Spawn gehen und dann würde ich sagen das war's mit dem Video ähm ich würde auch sagen dass ich bei 60 Likes verlose ich mal ähm ganz viel Stuff auf Luke ciao schau Bis zum nächsten Mal.